Ich muss recht nah ran, ich warte jetzt erst mal. Ich bin gleich tot, dies... Er ist witzig, aber... Ja... Die Runde war kacke. Ich war an einer ganz falschen Stelle. Beide, ey. Naja... Warte, warte, warte. Tschüss. Ciao. Juuu. Juuu. Das geht mit dir so schlecht. Schade. Ja. Der kann die Arme nicht so weit bewegen, aber den Torse kann er weit drehen. Aber das geht. Relativ. Das geht. Tadaaa. Und der Rest vom Team, what the fuck, ey. Jetzt müssen wir nur noch in die Entgegensätze Richtung laufen. Ich geh nach links. Vielleicht muss ich auf 200 Meter ran, also. 253. Ja, wie abs? Zwei. Einer ist unten. Die zweite auch. Der Light versucht sich abzusetzen, oder kommt her? Man weiß es nicht. Er kommt... Naja, er versucht die nächste hier wie zu setzen, der Sack. Oh, ist der laut, Halsmaul. Okay. Muss einmal alle muten. Sie sind alle aufgeraucht worden von den Arkansweiern. Ich hab Ursa geblockt aus irgendeinem Grund. Interessant. Wollte einfach jeden geblockt hast, oder nicht? Jetzt gerade. Ne, ich hab Ursa blockt, blockt. Achso. Okay. Womit er sich das wohl verdient hat. Weiß ich nicht. Manchmal ein Sonnenschein sein, ja Gute. Hm. Keks auch. Da war nix zu holen. Ich wollte kompletter Sense mir vorstellen. Oh, hinter uns könnte gleich ein Light kommen? Wie viel ihr, wie ist die einfach haben? Wie gesagt, ich bin da einfach reingelaufen und hab versucht, den Läger mich platzumachen. Der Kommando hat eine Melone gefressen. Ah ne, die Heavy schießt Mülltonne. Er hat eine Mülltonne gefressen. Zweimal. Wenn wir beide einfach beschossen. Ich suche mir mal eine bessere Position zum Ballern. Weil die wollen rechts, glaube ich, rein. Ja, die wollen rechts rein. Ja, sie kommen hier. Ja, komm zu mir, komm zu mir, wenn du kannst. Ist ne gute Position. Oder ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich komm rückwärts schon, aber jetzt ist hier auch Team. Wo bist du? Hinter dir. Achso. Hallo. Willkommen hinter mir. Ich auch. Ich verliere schlimmstenfalls einen Arm. Oh, schade. Da hat er eine Kurve gezogen, der Sack. Ja, ich hab auch daneben, weil er eine Kurve gezogen hat. Ich dachte auch, oh, bleib schön stehen. Au. Unter dem geschossen. Und er hat sich wieder bewegt, der Pisser. Friss meine Gauss. Bitte. Echt zu dir. Und wieder weg. Na, mal gucken, wie weit weg. Nein. Weit genug. Übermessen, wie wie. Hinter mir. Bleib stehen, du Babsack. Der hat sich schon wieder aufgesetzt. Der will einfach nicht. Ist er noch bei dir? Hier ist er irgendwo. Da ist er. Oh Mann. Ich glaube, der ist einfach nur gegen meinen Lauf gelaufen. So gefühlt, ja. So viel geschossen habe ich jetzt nicht. Ja, das ist Cosplay, auf das muss ich mich noch einspielen, definitiv. Aber es macht Spaß. Hutz. Oh, hallo. Ups. Au. Au. Okay. Okay. Vielleicht kann man das auch so stehen lassen. So ganz grob. Ja, ja. Also die Hälfte aller Kugeln ging mindestens daneben? Ich habe auch nicht viele geschossen, aber es hat gereicht. Bei mir macht es einfach die Menge. Nicht die Qualität, sondern die Quantität. Fühlt zum Sieg. Zum Glück. Und? Vielen Dank.